... Schauen wir mal ganz kurz, es ist Davy Chonet, also der französische Fahrer im Team von Hansen Motorsport. Jetzt geht es hier in die Schotter Passage hinein. Leer Chonet, anbrennt es für die Schotter Passage, schön rum. Der Führer soll sie jetzt, Joka tun es aber nicht, bleibt draußen auf der regulären Runde. Führung, Führung geht zu werden nach der ersten Runde. Davy Chonet auf der zweiten Runde, auf der zweiten Position nach dem Rund in der Metzburg. Entschuldigung, der Führer kommt jetzt auch dort aus. Die Fahne errascht mit seinen... ... Ich bin noch bergten. Ich bin noch nie, ich bin noch an der ersten Runde. Ich bin noch nicht mehr, ich bin noch nicht mehr. Aber meine Dame, die Premiere ist jetzt perfekt. Wir haben nicht nur warm up, die gucken uns jetzt nicht nur die Schrecker. Jetzt geht's um die Truppe, jetzt geht's um die Rennen. Jetzt geht's um das Rennen an diesem Wochenende, die ihr auf dem Hunger bringen. Laserman mit seinem schwarzen Monster Energie Zitran, der ist Rayder hinter der Peugeot von Da�...